Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen back zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Dieses Video, ja, hält auf jeden Fall den Moment fest, der nach drei Monaten endlich mal passieren müsste. Warum drei Monate? Ganz einfach, ich habe vergessen meine Haare zu schneiden, bevor die Friseure alle zugemacht haben und... Ja, mittlerweile geht's halt einfach nicht mehr, die müssen dann einfach ab und ja, ich werde das Ganze nicht festhalten, wie das Ganze passiert. Mein Bruder hat Seiten kurz, oben so lang, wie ich meine Seiten habe. Beste Feeling auf jeden Fall, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Ja, ich werde auf jeden Fall dieses Video nur machen, weil es für mich halt einfach wichtig ist, weil dieser Moment, der ist halt einmalig, das wird halt nie wieder passieren und... Ja, hier auf jeden Fall ein kurzer Blick, wie die aktuell sind. Auf jeden Fall etwas zu lang, ja, Leute, wir sehen uns mal nach dem Schnitt, für euch ist das jetzt gleich für mich, ist es dann in so ein paar Stunden oder so, mal gucken, werdet ihr dann sehen. Also, bis gleich, Leute. Yo, und dann kommen wir jetzt hier back. Ich bin jetzt wieder zurück zu Hause und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Friseure so schnell nicht mehr zumachen. Leute, Alter, ich bin einfach so happy wieder in Onovitz. Ich habe den Wind in meinen Scheißseiten wieder gespürt. Boah, ich dachte mir so, boah, Digga, nie wieder ohne sowas. Beste Feeling in Onovitz. Man hat genau gespürt, oh, Wind, dies, das, ihr wisst Bescheid. Also, der Nächste, wenn ihr mich auf der Straße seht, sagt einfach, Mashallah, der Hübsche. Also, Leute, ich zeige euch nochmal, wie das Ganze alles aussieht und dann könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet in den Kommentaren oder privat per Insta-Direct. Mal gucken. Na, also, let's go. Ich weiß selber gar nicht ganz genau, wie es hinten aussieht, deswegen werde ich ja gleich mit Schnitt auf jeden Fall sehen, aber es fühlt sich einfach viel, viel besser an. Und, ja, auf jeden Fall, sagt mir, wie ihr es findet, auch mit dem natürlichen Haarfarbe wieder, ob es auf hier vorne oder ob ich meine Haare wieder färben soll. Ähm, ja, sagt's mir, schreibt's mir in die Kommentare, wie auch immer. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace und ciao.